Musik 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 Ich darf Sie heute zu dem ersten Standkonzert hier auf dem neugestalteten Marktplatz recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Mein ganz besonderer, ich freue mich ebenfalls sehr, dass unter uns weilen die Behördenvertreter vom ALL, vom Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung, darf ich recht herzlich begrüßen, Sie Herr Dr. Klatzl, Herrn Petri sowie Herrn Kohl. Recht herzlich willkommen bei uns. Ich möchte bei dieser Gelegenheit Ihnen recht herzlich danken für die Beratung und Betreuung hier bei der Gestaltung dieses Platzes. Aber insbesondere auch möchte ich Ihnen danken für die Förderung, das heißt also für die Einbeziehung in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen. Denn dadurch wurde ja erst die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, dass wir diese Neugestaltung vornehmen konnten. Musik Des Büros Schätzlein und Judith, Herr Schätzlein, auch Sie recht herzlich willkommen heute. Bekunden möchte. Dieser Stein soll bei Ihnen, ich hoffe es schwer, auf dem Schreibtisch Platz finden. Applaus Eine gute Idee, glaube ich schon. Er ist zwar nicht ganz so groß, also scheinbar doch ein Rest, der übrig geblieben ist, aber sicherlich wäre genug, damit dann die... Musik ... 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 Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020